Ja hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen M20 Unboxing auf dem Kanal. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wobei heute geht es ja nicht nur um das Unboxing an sich, sondern heute stellen wir auch mal ein Deck zusammen. Das ist eben auch der Sinn der Deckbaubox hier. Man soll versuchen sein erstes eigenes Deck mal zusammenzustellen. Und bevor wir genau das machen, hier noch ein kurzes, aber großes Dankeschön an unseren heutigen Sponsor Games Island. Falls ihr auch mal auf der Suche nach Magic Neuware oder Zubehör seid, hier seid ihr auf jeden Fall richtig. Außerdem, ihr seht es auch schon, gibt es natürlich wieder hier meine Deckbaubox für euch zu gewinnen. Ich habe das Ganze natürlich dann auch schon vorsortiert. Das Deck ist dann auch schon zusammengebaut, zumindest das erste Deck. Das machen wir ja heute hier in dem Video. Und dann lege ich noch ein kleines Sealed-Paket in Form von 6 M20 Boostern obendrauf. Dann habt ihr halt auch noch was zum Auspacken, habe ich mir mal gedacht. Also falls ihr da Bock drauf habt, alle Infos wie immer in der Videobeschreibung. Und ansonsten, wir legen jetzt mal mit dem Inhalt der Box los. Viel Spaß! So, willkommen zurück. Wie schon erwähnt, haben wir hier ein ganz klares Anfängerprodukt. Wer zum Beispiel nicht mit einem vorgefertigten Planeswalker-Deck starten möchte, kann zum Beispiel mit einer Deckbaubox starten. Hier soll man nämlich sein Deck oder eben auch mehrere Decks selber zusammenstellen. Den Inhalt der Box habe ich euch wie immer schon mal aufgebaut. Die wiederverwendbare Box enthält erstmal 125 Karten zum Deckbau. Und die enthaltenen Karten sind auch in jeder Deckbaubox identisch. Ich habe die Karten für uns auch schon mal vorsortiert. Und da kann man auch ganz gut sehen, dass die Karten alleine schon fast immer ein eigenes Deck ergeben. Aber eben noch nicht ganz. Es sind auf jeden Fall recht viele spielbare Karten mit dabei. Unsere fortgeschrittenen Spieler werden hier bestimmt schon fast alle Karten wiedererkennen können. Die Karten sind auf jeden Fall ganz gut ausgewählt. Aber aufgrund eben der großen Auswahl sind halt auch die meisten Karten in der Regel nur einmal enthalten. Muss man halt am Anfang mal ein bisschen schauen. Aber man kann auf jeden Fall aufgrund der großen Auswahl ordentlich mal ausprobieren, was die einzelnen Farben und Karten alles so machen. Ist auf jeden Fall schon mal ganz gut gemacht. Die aktuelle Deckbaubox ist auf jeden Fall darauf ausgelegt. So viel kann man sagen, dass man aus den Karten allerdings mehrfarbige Decks bauen soll. Das erkennt man halt einfach schon an der Anzahl der Karten in den einzelnen Farben. Damit das Zusammenstellen der mehrfarbigen Decks auch etwas besser klappt, gibt es natürlich noch ein Set der aktuellen Hauptset 2020 Ankammkarten dazu. Die Karten sind halt teilweise echt gut spielbar. Aber halt auch hier wieder, jede Karte ist nur einmal in jeder Box enthalten. Und zum Abschluss der 125 Karten gibt es dann noch 20 von den Live-Gain-Duel-Ländern. Die kann man auf jeden Fall dann für seine Decks benutzen, sollte man auch benutzen. Wie gesagt, man sollte auf jeden Fall zweifarbige Decks hier aus der Deckbaubox bauen. Man hat aber auf jeden Fall einen guten Grundstock. Damit kann man auf jeden Fall schon mal arbeiten. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Aber natürlich braucht man noch Standardländer für die Decks. Und von diesen haben wir hier insgesamt 100 Stück in der Deckbaubox. 20 Länder von jedem Standardland-Typen. Also man kann wirklich sofort loslegen, die ersten Decks zusammenstellen. Jetzt heißt es eigentlich nur noch Booster aufmachen, sich den Deckbauleitfaden schnappen und dann einfach die verschiedenen Farben zu einem Deck kombinieren. Und genau das machen wir jetzt auch zusammen. Wir machen einfach mal die vier beigelegten Booster auf, schauen, was wir finden und stellen dann mal ein Deck aus den Karten zusammen. An der Stelle noch eine ganz kleine Anmerkung. Auf der Rückseite der Deckbaubox steht zwar, man kriegt ein M20-Booster plus drei zufällige Booster. Aber ich habe bisher noch keine Box gesehen, die andere Booster als diese hier enthält. Ich gehe also davon aus, dass jede Box vier Booster aus diesen Editionen enthält. Das sind halt auch die Editionen, die im Herbst nicht aus dem Standardformat rotieren. Also das würde schon irgendwie Sinn ergeben. Aber wir machen auf jeden Fall die Booster jetzt mal zusammen auf, stellen dann ein Deck zusammen, schauen mal, wie das am Ende aussieht. Und weiter geht's. So, das erste Booster, wir legen sofort los. Alles liegt bereit. Wir starten mit dem Hauptset 2020, also die aktuellste Edition. Wir gehen erstmal langsam durch die Booster durch, schauen, was wir finden. Dann sortiere ich das Ganze und dann stellen wir wirklich mal ein Deck zusammen. Ich bin mal gespannt. Wir müssen jetzt erstmal natürlich schauen, welche Karten hier mit dabei sind. Ich habe schon einen Favoriten. Ich habe das Ganze ja schon vorsortiert. Aber wenn wir jetzt hier natürlich noch irgendeine richtig gute Karte finden, vielleicht eine Planeswalker-Karte, dann ändert sich der Plan vielleicht gleich nochmal. Also erstmal schauen, was wir finden. Wir kommen zu den Uncommons. Okay, der Ritter. Das ist jetzt noch nicht so die überzeugende Karte. Die Akrobatin. Die finde ich auf jeden Fall ganz gut. Und generell, ich freue mich jetzt auf jeden Fall über jede gute Karte. Habt ihr ja eben mitbekommen. Ich verschenke ja hier das gesamte Set. Also natürlich auch alle Karten aus den Boostern. Wenn jetzt hier irgendeine gute Karte dabei ist. Das ist auf jeden Fall gut für die Community. Also wenn das jetzt auch nicht direkt für das eine Deck ist. Ich würde mich auf jeden Fall nicht beschweren. Hier haben wir nochmal den Adler. Das blau-weiße Flyer-Deck. Das hat mich nämlich tatsächlich spontan angelacht. Ihn finde ich richtig gut. Jetzt haben wir sogar einen zweiten. Aber mal sehen, das war ja erst das erste Booster. Und okay, noch ein Verliesgeist. Eine Foil. Nein, aber der Verliesgeist. Der ist natürlich auch ziemlich gut. Ist eine super solide fliegende Kreatur. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Gegen den Kreaturen-Deck. Nimmt er sogar noch komplett eine Kreatur quasi aus dem Spiel. Kriegt den Schaden gut an den Gegner. Wie gesagt, das blau-weiße Flyer-Deck. Das ist schon auf jeden Fall hier die erste Tendenz. Schauen wir mal. Kriegt der Funken als nächstes? Mal schauen. Aber das ist wirklich schon ein recht offensichtlicher Start. Aber auch hier können wirklich noch gute Karten mit dabei sein. Mal schauen. Wie gesagt, wir nehmen auch jetzt hier einfach mal eine Liliana vielleicht. So als nettes Bonus. Also als kleine Bonus-Karte on top zum Giveaway. Oh, nochmal eine ganz nette Karte der Vollstrecker. Auf jeden Fall spielbar. Ist in Ordnung. Jetzt die Uncommons. Die Fürstin. Wenn man so ein Im-Mass-Deck bauen möchte. Mit dem Aufmarsch. Das kann man ganz gut machen. Da waren auf jeden Fall auch ein paar Karten mit dabei. Eine Narset. Eine der besten Uncommons im Set. Das ist auf jeden Fall eine gute Karte. Die ist, glaube ich, auch so recht viel wert für eine Uncommon. Also auf jeden Fall akzeptabel. Legen wir die noch dazu. Und eine Erweckung von Vitugazi. Okay, die würde jetzt nicht direkt in das Flyer-Deck passen. Ist nicht die stärkste Rare. Aber auf jeden Fall spielbar. Okay, keine Foil. Komm, eine kleine Foil noch. So als Bonus on top würden wir doch heute auch mitnehmen. Mal schauen. Die letzten zwei Booster. Raphnikas Treue. Na komm. So. Schauen wir mal. Schwer zu öffnen. Manchmal sind hier die besonders guten Karten drin. Wollen wir mal schauen. Was haben wir hier? Nochmal ein paar fliegende Kreaturen. Okay, das blau-weiße Flyer-Deck. Wird es vermutlich werden. Aber abwarten. Okay. Noch eine Jongleurin. Die erste Uncommon. Okay, die ist jetzt nicht so übermäßig stark. Das könnten wir als Combi-Trick benutzen. Ist eine gute Karte. Hier nochmal der Ritter. Und komm. Eine richtig gute Karte. Und der Eintreiber des Zehnten. Uh, der ist auf jeden Fall spielbar. Das ist auf jeden Fall eine ganz gute Einzelkarte. Sehen wir aktuell echt viel in den Mono-Weißen Agro-Decks. Manchmal auch in Blau-Weißen Agro-Decks. Er passt jetzt nicht direkt in das Flyer-Deck rein. Aber das ist auf jeden Fall eine gute Rare. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Werden wir wahrscheinlich am Ende auch zocken. Wir müssen mal gleich wirklich schauen, welche Karten wir letztendlich dann zur Verfügung haben. Es muss ja am Ende ein 60-Karten-Deck werden. Also mal schauen. Aber er ist meistens besser als so die Standard-Kreaturen. Perfekt. Der Falke für das Flyer-Deck. Das ist auf jeden Fall nochmal eine gute Karte. Aber auch hier generell alles ein paar spielbare Karten. Man kann also auf jeden Fall die anderen Decks dann noch ein bisschen weiter verbessern. Aber das werdet ihr dann wahrscheinlich machen müssen. Aber das sieht auch ganz gut aus. Eine Kampagne. Die ist immer spielbar. Is it Gildenmagierin? Ist in Ordnung. Der Gargoyle. Und komm. Oh, eine Assassin's Trophy. Nice. Die ist sogar ordentlich was wert. Also auf jeden Fall besser als so das Booster an sich. Das ist auf jeden Fall eine super gute Karte. Viel gespielt. Auch in anderen Formaten. Fürs modernen Format kann man die sogar benutzen. Also das ist auf jeden Fall eine gute Karte. Die werden wir jetzt wahrscheinlich nicht hier in unserem Blau-Weißen-Deck verbauen. Also sehr sicher nicht. Wegen der Farbkombination. Aber das ist so eine Karte, die ich haben möchte für das Giveaway. Perfekt. Dann lohnt es sich ja richtig hier mitzumachen. Gut, es gibt ja auch noch ein paar Booster on top. Aber das waren auf jeden Fall ein paar ganz gute Karten. Ich räume jetzt nochmal kurz auf. Hole uns schon mal hier die wichtigsten Karten für unser Deck. Und dann bauen wir das mal zusammen. Mal schauen, wie das am Ende aussieht. Weiter geht's. So, wir stellen jetzt tatsächlich mal das blau-weiße Fliegerdeck zusammen. Hier seht ihr auch schon alle passenden Karten aus den vier Boostern, die wir gerade aufgemacht haben. Da waren auf jeden Fall ein paar richtig gute Karten mit dabei. Auch der Verliesgeist nochmal als Rare. Der war wirklich nochmal eine sehr schöne Karte. Nochmal der fliegende Lord. Also wirklich ein paar ganz nette Karten. Und dann natürlich noch die anderen Karten, die schon vorher in der Deckbaubox drin waren. Alles schön vorsortiert. Ein paar Länder, die wir eventuell brauchen können. Und ja, dann können wir das Deck eigentlich schon zusammenstellen, wenn ihr das Ganze eben auch mal zu Hause machen möchtet. Schnappt euch also einfach zwei Farben plus die Karten aus den Boostern. Sortiert das Ganze am besten nach Mana-Kosten und nach Kreaturen und nicht Kreaturen-Karten getrennt. Am Anfang lohnt es sich auf jeden Fall, alle Karten wirklich so einmal zu sortieren. Quasi dann auch wirklich aus allen Karten einmal das Deck zusammenzubauen. Und dann im Nachhinein wieder nach und nach ein paar einzelne Karten entfernen. So fällt es euch später deutlich leichter, wieder auf 60 Karten zu kommen. Also erstmal wirklich alle Karten zusammennehmen. Dann schaut euch das in Ruhe an. Und dann könnt ihr auf jeden Fall die schlechtesten Karten rausnehmen. So bin ich nämlich auch vorgegangen. Erst war das Deck viel zu groß. Und langsam hat es dann Form angenommen. Insgesamt ist das Deck auch gar nicht mal so schlecht geworden. Der zweite Adler und der Verliesgeist aus den Boostern. Ja, die waren halt echt wirklich gut für das Deck. Es könnten zwar noch viel mehr fliegende Kreaturen sein. Aber so zum Start war die Auswahl auf jeden Fall völlig in Ordnung. Aufgefüllt habe ich das Ganze dann natürlich hier bei den Kreaturen. Einfach mit den besten aggressiven Kreaturen, die ich finden konnte. Dazu dann ein kleines Counterspell-Paket, um unsere Kreaturen auch zu beschützen. Die Karten fand ich eben auch alle ganz gut spielbar. Dann natürlich noch ein bisschen Interaktion gegen die gegnerischen Kreaturen. Wir können und wollen ja auch eben nicht alle Karten countern. Wir sind halt schon ein recht aggressives Tempo-Deck und eben kein Control-Deck. So fand ich das auf jeden Fall in Ordnung. Wir brauchen auf jeden Fall richtig viele Kreaturen. Halt am besten eigentlich auch fliegende Kreaturen, damit wir den Schaden ein bisschen leichter an unseren Gegner kriegen. Aber so sieht das auf jeden Fall schon mal in Ordnung aus. Und dann natürlich noch ein paar Zauber zum Karten nachziehen. Ein bisschen Kartenvorteil muss halt auf jeden Fall sein. Also insgesamt würde ich echt sagen, ein ziemlich cooles Deck. Kann man auf jeden Fall mit arbeiten. Schöner Massenpumpeffekt. Der war halt auch noch mit dabei. Ich kann mich wirklich nicht beschweren. Aber so am Anfang sollte das Ganze halt auch nicht super krass werden. Man kann das Deck natürlich noch weiter verbessern. Aber am Anfang soll man glaube ich erstmal alle Farben miteinander kombinieren. So ein wenig über den Deckbau lernen. Und sich eben mit den Stärken und Schwächen der einzelnen Farben und Decks vertraut machen. Also insgesamt auf jeden Fall ein spaßiges Anfängerprodukt, um mal so ein bisschen in die Grundlagen von Magic reinzuschnuppern. Sich mal die Farben und verschiedene Decktypen anzuschauen. Aber wie gesagt, falls ihr das selber mal ausprobieren möchtet, auf jeden Fall einfach mal wild kombinieren, alles durchprobieren. Und falls ihr meine Box, die jetzt natürlich perfekt vorsortiert ist und die Bonusbooster, falls ihr das Ganze haben möchtet, wie gesagt auf jeden Fall mal in der Videobeschreibung vorbeischauen. Das war es jetzt auf jeden Fall erstmal von mir mit allen Infos zur Deckbaubox. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Tipps mitnehmen und das Video hat euch auch gefallen. Wenn dem so ist, über einen Daumen hoch würde ich mich wie immer mega freuen. Leute, ansonsten macht euch wie immer noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020